Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal einen neuen Spielmodus oder vielleicht schon einen etwas längeren Spielmodus. Der Fromme ist... Einen langen Spielmodus, Alter. Der ist richtig lang. Ja, also der ist, glaube ich, schon ein bisschen länger da. Und zwar Casino. Community Casino. Ich spiele jetzt erstmal mit Luke. Den kennt ihr ja schon. Ist lange. Bei mir ist mein schnurrender Hund. Und zwar spielen wir Schiffe versenken. Genau. Los geht's. Nehmen wir an. Deine. Äh, was? Wir spielen jetzt eine Runde Schiffe versenken. Ja. Wie das? Einen Chat müsstest du eigentlich... Ja, ja. Dankeschön. So, wir spielen eine oder zwei Runden. Eine, gut. Und dann können wir ja was anderes spielen. Es gibt noch weitere Spiele. Hier unten könnt ihr in Inventar die Schiffe sehen. Und bei Bestätigen einfach auf Bestätigen drücken. Man kann aber auch mit... Ist doch dumm. Ja, du hast recht. Also mit Links- und Rechtsklick kannst du entscheiden, wie du die Schiffe platzierst. Ne, bei mir nicht. Bei mir schon. Also ich kann jetzt entscheiden. Links ist bei mir... Links ist nach oben, rechts ist bei mir unten. Bei mir ist beides irgendwie das Gleiche. So, Leute. Ich bestätige. Und damit geht's los. Ich fang jetzt an. Und ihr wisst ja hoffentlich alle, wie ihr Schiffe versenken geht. Wir müssen... Man versenkt Schiffe. Ich muss jetzt raten. Ja, easy. Abloch. Ich muss jetzt raten, wo die Schiffe sind. Und hier unten könnt ihr sehen. Also hier unten könnt ihr sehen, welche Schiffe davon angegriffen sind und schon unergegangen sind. Was soll denn das? Genau. Also das war jetzt zum Beispiel Zufall, dass ich getroffen habe. Ja, bei mir war es auch Zufall, dass ich ihn nicht getroffen habe. Ja, und da könnt ihr sehen, wo Luke angreift bei den roten Feldern. So funktioniert. Schiffe versenken. Ein schöner Pimmel. Ja, awesome. Also für mich ist das ein sehr taktisches Spiel. Absolut taktisch. Also taktisch, technisch ist es einfach das krasseste. Hier muss man... Da könnte ich viel nachdenken. Aber jetzt geht's aber auf. Jetzt sterben da Schiffe wie... Wie Sand am Meer. Corona. Fuck, hä? Ey, Leute, nur zur Information. Bei den letzten Runden, ich habe ja mit ihm das schon mehrmals gespielt. Ich habe immer gewonnen. Das ist eine Lüge, du kannst nicht beweisen. Ich habe immer gewonnen, Leute. Du hast keine Beweise, Ralf. Okay, geht nach oben. Verdammt. Hier geht's auch zur Seite. Ah, okay. Nee, ging nach oben. Rumscheid, ey. Ah, okay. Meines Gewiss ist, bist du aber hier dran. So. Aber... Warte mal, was fehlt? Mir fehlen noch drei Einzahschiffe, Junge. Hey, guck mal. Bei mir sind es noch vier Schiffe. Wollen die schrumpfen. Ja, aber nur zwei Einzahschiffe. Warum klinge ich eigentlich dahin? Da könntest du doch wahrscheinlich gar kein Schiff produzieren. Also, kann man nebeneinander Schiffe platzieren? Ich glaube nicht. Ja, sehr gut. So. So, jetzt sind es noch zwei Einzelne. Die Einzelne sind immer sehr ein bisschen blöd. Sehr ein bisschen blöd. Ja, genau. Da sind die. Wenn man dann genau gucken muss, wo die sind. Ey, ist langsam nervt's. Die könnten überall sein. Man muss jetzt hier taktisch... Ich hab letztens, äh, Bibi und... Junge, du Arschloch. Ich hab letztens, äh, Bibi und Tina angefangen zu gucken. Die neue Serie auf Amazon Prime. Hab ich irgendwas verpasst in dein Leben? Ja. Ja, und damit haben wir gewonnen. Ah, na ja, komm. Ich hab bei mir auch. Ich hab einfach alles umkreist. So, wollen wir jetzt, äh, was... Also, wir können ja mal hier durchgehen. Ähm. Ey, geh mal rein. So, was willst du nur spielen? Wir hätten noch Sternen, Stein, Papiere. Papiere. Schere, Stein, Papier. Dann hätten wir noch Tic-Tac-Toe, 4 Gewind oder Memory. Komm, wir spielen mal 4 Gewind. Da können wir... Keine Memory, nicht gegen dich. Da können wir... Ey, früher... Früher hab ich das richtig, äh, oft gespielt, das, äh... So, 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 so Gesellschaftspieler. So, du bist dran. Ne, du bist dran. Ich... Ja, du. Also, ihr müsst einfach nur mit Linksklick draufklicken und dann kommen da so Bälle runter, Schneebälle oder Schleimbälle und dann würdest du halt so markiert. Simples Prinzip, einfach. Und du kannst auch mit Restklick draufklicken, hab ich gar nicht gesehen. Achso, ja, oder so. Ah. Okay. Arschloch. Ah, weil ich erkenne kein Muster. Pass auf, ich bin Legastheniker, ich hab ein Problem mit Mustererkennung. Ah, so. Das ist, das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem bei Legasthenie, dass man keine Muster erkennt. Okay. Das, äh, so funktioniert nämlich bei normalen Menschen. Ich bin nämlich auch normal. Äh, funktioniert Lesen, dass man einfach nur die bestimmten Zeichen erkennt. Also, ich hab gewonnen. Also, zum Beispiel, ey, das geht nach oben und so. Das erkennt man und dadurch kann man das flüssig lesen, wenn man... Und Legastheniker, äh, können keine Zeichen erkennen. Kennst du solche, äh, Muster? Die man... Ach, Schleimbab hier. Ich hab gewonnen, Leute. Also, das, nur mal so. Ähm, es gibt auch, äh, so... Kennst du solche Blätter, weißt du, wo man halt irgendwelche Gesichter drin erkennt oder so? Gänst du sowas? Ach so, ja, mit Zeilen. Das gibt's auch mit Zeilen, gell? Ja, sowas, genau. Sowas kann ich zum Beispiel gar nicht. Okay. Das, 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 das kann ich nicht. Da bin ich blind. Okay. So, jetzt spielen wir Schere, Stein, Papier. Ist ganz simpel. Stein, Schere, Papier. Du klickst drauf und dann, äh, wird hier... Oh, unentschieden. Zum Beispiel. Wir spielen jetzt zwei oder drei oder was war das? Das haben wir dann geklicken. So. Du gewinst safe. Hey, jetzt gibt's aber nur unentschieden. Jetzt gibt's wieder nur unentschieden. Scheiße. Jetzt hab ich zweimal gewonnen. So, okay, gut, das reicht für euch. Tschüss, das war's mit der Runde. Nee, komm, noch eine Runde. Und zwar, äh, wollen wir noch Memory spielen? Oh, Memory ist übel gegen dich. Ja, dann spiel. Wollen wir dann Tic-Tac-Toe spielen? Äh, was, ja, okay, mach Tic-Tac-Toe. Hab ich schon. So, siebende Runde. Oh, dauert es so lang. So, gut. Mann, so geht das, alter. Ah, da. Was? Mann, Mann, ist nicht überfordert. Das ist gut. Ja, geil. Hä? Ja, Mann! Hey, ich kann nicht... Du bist dran. Hä? Warum konnte ich nicht klicken? Oh, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Leise. Eine Runde gewonnen, Alter, ich bin so krass. Ich bin so dumm. Ähm... Nein! Ich bin so dumm. Ah, da. Ah, 32, gut. Ja, Leute, wenn es euch gefallen, dann würden wir über den Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr Videos davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wie lange ging das Video? Es ging jetzt 13 Minuten. Ah, das waren 13 Minuten, Karin. Ja, ist krass, gell? Jedes Spiel ein, zwei Mal. Ja, Leute. Daumen nach oben. Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Absolut geil. Geil. Tschüss. Musik 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 Musik